Schönen guten Tag, Hallöchen! Ich bin Johnny Strange von Caixa Candela und ich freue mich sehr dabei zu sein bei Energiesparmeister. Wir suchen die besten Energiesparer da draußen, also strengt euch an, stellt euch Projekte auf die Beine, macht euch Gedanken, wie man Energiesparen kann, denn Energiesparen ist wirklich ein wichtiges Thema, gerade in dieser Zeit, in der wir leben. Wenn ihr was verändern wollt, will ich mich nicht auf die Erwachsenen verlassen, denn ihr seid die Next Generation, ihr seid die Zukunft und ihr könnt noch am meisten verändern. Energiesparen ist Hammer und ihr könnt dabei sein, also macht mit und gebt alles!